Servus Leute, vielen Dank für's Einschalten beim Teil 14 unserer fantastischen Serious Sam 4 Reihe. So, wir machen gleich weiter mit dem Kapitel 12. Tja, wirklich wissen wir, dass Carter mal wieder überlebt hat. Wie gesagt, Carter muss ein Tier sein, ganz ehrlich. Es kann nicht anders sein, wie kann der da überleben? Jeder, jeder verreckt hier. Oh, jetzt kommt Harpien, really. Harpien, really? Nein, nein, nein. Ach Gott. Oh Gott, wie besiege die jetzt? Ähm, oh, das ist nicht... Hä? Wo ist der? Ach da! Ah! Nope! Einmal... Wo willst du ihn? Ha! Ich hol die vom Himmel, das darfst du glauben. Oh, wir haben gar kein Muni mehr für die Stufe. Uh... Okay, allgemein, unsere Muni sieht jetzt grad nicht mehr so brauchbar aus. Okay... Wir müssen Muni irgendwo herkriegen, Leute, aber das kriegen wir schon. Irgendwo wird sicher wieder was sein. Hier unten lang, oder? Wir müssen ja eigentlich da hoch, hat man gesagt. So gut. Hier ist noch Muni... Schriftlichen... So... Hier sind... Ugh... Granaten. Das einzige, was ich nicht brauche. Fast alles ist... Könnt ihr auffüllen. Aber ne, er gibt mir genau das, was ich nicht brauche. Ich werde ganz sicher keine Granaten gegen diese Harpien einschalten. Das Ganze voll vergessen. Ja, was gehört? Was ist das überhaupt? Ich höre euch doch! Was kommt da jetzt? Oh, Mann! Oh, oh! Äh... Ich glaube, ich habe ja hier aufgescheucht. Oh Gott! Okay, okay! Ah! Oh Gott, die sind richtig schwierig, okay! Ah! Ah, komm, Schatz! Ja, danke! Der nächste ist... Hier, okay! Oh nein, 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 nein! Ah, das machen wir nicht! Bleib stehen! Ach, komm! Jetzt da! Huh! Die waren schwierig! Die waren schwierig! Ach, komm! Ah! In deinem Schritt! Keine Vermehrung! Töte es, bevor es Eier liegt! Ah! better! Schutt finden! Schutt finden wäre eigentlich gar nicht schlecht, aber... Oh mein Gott! Oh-oh, oh-oh! Oh-oh! Kommen die jetzt von oben? Die müssen ja von oben kommen. Was schreit hier so extrem? Oh mein Gott. What the fuck? Hier wird einfach nur geschrien. Hier wird einfach nur geschrien. Okay. Waren die da die ganze Zeit hier in dem Gebäude drin oder wie? Okay. Ich sag ja, verstörend, Leute. Es ist verstörend. Gut. Es ist schon verdammt laut. Ich werde mal ein wenig runter setzen von der Lautstärke her. Ich hoffe, das war jetzt das restliche Video nicht zu laut. Wenn ja, dann tut es mir sehr leid. Aber da müssen wir jetzt doch... ist das... Also für mich ist das immer noch krass laut. Ich muss mir echt mal in den Kopf... Oh, bläst mir hier die Trommel viel weg. So. Ansonsten habt ihr jetzt mal die schöne Musik genossen. Muss ich ja eh nicht immer was dazu sagen. Muss ich immer sagen. Hopp. Und... Gnei, Wörfer verschuckt. Aua, okay, jetzt sehe ich sie wenigstens. Okay. Okay. Okay, da ist noch mal einer oder... Hä? Ah, das sind so Feuertypen. Okay. Warte mal, vielleicht kommen wir jetzt doch noch mal... Wo sind denn die hier? Da sind sie. Und auf der anderen Seite ist hundertprozentig auch noch mal einer. Guck mal, die Granatenhainisern. Ja, guck sie an. Ne, das ist nix. Sonst nix mehr. Was auf mich zielt, ist okay. Erstmal von hier aus. Alles absurgen. Alles absurgen. Erstmal. Ja. Nix. Nix. Brust. Nix. Okay, gut. Gut, wir sind... ...durch. Mit diesem kleinen Castle hier. Machen wir mal weiter. Was ist das? Das sieht nach irgendwas Speziellem aus, Leute. Okay. Ähm, da ist eine Muni, die werde ich mir auf jeden Fall einverleiben. Dankeschön, dankeschön, wir gehen. Wie sieht das, ist da oben drauf nirgendwas? Ne. Okay, sieht nix so aus. Gehen wir mal da. Hier unten. Okay. Zuck. Alles okay. Ist okay. Alles gut. Geheim ausgestunken. Das war Leben. Und jetzt brauchen wir noch Muni. Was ist... Was ist hier? Hätte ich da die ganze Zeit außen rum gekümmt? Wahrscheinlich, ja. Aber wie viel hat mir das gebracht, ist die Frage. So, wir gehen weiter. Park auf, um Kato zu retten. Um ihn dann zu verlieren, wahrscheinlich. Da ist ne Rissi. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich rieche dich. So. Was gibt es nur hier? Muni. Hi. Hi. Oh. 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 Okay, ich seh schon, ich seh schon. Ja, ja, ja. Ich seh schon. Ich seh schon. Es waren auch zwei. Ja, ich seh schon, ich seh schon. Was? Hä? Was hat mich da zur Wischgrad eben? Bin mir jetzt nicht sicher, aber okay. So. Lebst du noch? Die leben alle noch. Oh Gott, wieso macht sie denn nichts? Es ist aus, als wenn sie gestorben, aber dann doch nicht irgendwie. Ja, warte. So. Okay. Muni, bitte. Nein. Keine Muni. Ungünstig. Das ist wirklich ungünstig. Hier hinten noch geheime Ausrüstung. Nix. Ne. Leider nicht. I am disappointed. So. Dankeschön, Muni. Und mein Raketenwerfer. Wir haben endlich unseren Raketenwerfer wieder. Ja. Und wir haben sogar zwei Raketenwerfer. So, aber wir haben eine Fucht zu verkippen. Also könnten wir unsere Granaten verwenden, oder? Die machen wir eh nicht. Ich super die herrschmal auf jeden Fall alles einsammeln, was ich nicht kriegen kann. Oh! Du. Das war vielleicht ein wenig ungünstig. Okay, wir nehmen doch keine Granatwerfer. Wir nehmen die Schussflinte. Zack. Zack. Ja, ja. Meine Follower sind wieder da. Und. Und irgendjemand schafft mit mir? Ne, gegen mich. Okay, Gott. Okay. Hopp. Hopp. Aua. Und Knochen. Das wird wieder richtig schön. Das wird wieder richtig schön. Zack. Oh Gott. Daneben. Da war gar nichts. Und daneben. Okay, gut. So. So. Wir müssen ein wenig. So. Wir müssen da ein wenig. Ähm. Vorsicht davor gehen. Weil sonst. Also wir könnten einfach rennen. Zack. Alles einsammeln. Was? Nein. Das. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin fest. Ich bin fest. Ah. Okay. 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 Ich weiß, wonach das schreit. Ich weiß, wonach das schreit. Boom. Äh. Raketenwerfer. Zug. Raketenwerfer. Zack. Da hinten war noch ein fetter. Wie viele Raketen fängst du ab, bitte? Oh, Bala. Was für eine Menge. Oh Gott. Ich gehe weiter. Okay. Ich habe verstanden. Ich gehe weiter. Ähm. Vielleicht auch nicht die beste Idee mit dem jetzt. Oh. Granatenwerfer. Zug. Solange sie weit genug weg sind, ist es ja eine gute... Oh. Das war mir nie gern. Oh. Das war mir nie gern. Das war mir nie gern. Oh. Gut. Ähm. Okay. Okay. Gut. Uh. Uh. Weiter. Weiter. Leben. Leben. Zug. So. Nächste. Zug. Was sind hier noch welche? Müsst ihr gar nicht aufgehört? Dankeschön. Ja okay. So. Das war jetzt gar nicht mal so schwer. Muss ich sagen. Das ging eigentlich. Zu dem was das Spiel uns sonst so reingeworfen hat. Ähm. Möchte ich mal dazu sagen. Ist das Pepefax. Pepefax. Okay. Ich hoffe nur, dass ich Munition irgendwie sparen kann. Wo muss ich jetzt hin? Hier sind halt Türen zu. Wo? Achso. Zum Questmarker. Das hätte ich gleich sagen machen können. Aber wieso? Hä? Willst du? Ach. Finde einen Zugang. Okay. Oh. Oh. Okay. Finde einen Zugang. Finde einen Zugang. Okay. Ich finde. Ich finde. Wir finden. Leute. Ist hier der Finderich? Hm. Okay. Sah nicht so aus. Ähm. Hm. Ähm. Hier. Sind Fässer. Hier ist nix. Ist das? Könnte ich da hoch? Ne. Also das darf vom Rausprung sein. Sorry. Ja. Finde einen Zugang. Seit wann ist das jetzt Search and Travel? Ah. Hier ist ein Zugang. Guck mal. Da. Fertiger Zugang. Und wir kriegen einfach so. Hä? Okay. Gut. Hab ja mal von was drauf. Wahrscheinlich. Hm. Wir gehen erstmal hier lang. Und gucken was hier ist. Sonst wäre kein Weg. Wahrscheinlich. Irgendwas würde ja wohl sein. Irgendwas. Ah. Rüstung. Sonst irgendwas. Geld. Ähm. Nichts. Ein Hauch von sehr viel nichts. Ah. Ah. Munition. Das ist immer schön. Munition. Munition. Ja. Munition. Stoffeln Patron voll. Nein. Das hör ich mal gerne. Das hör ich mal gerne. Das lesen wir gerne. Das machen wir gerne. Äh. Ich hab da den Zugang schon. Hier war der Zugang. Oder nicht. Jetzt. Oh mein Gott. Uhu. Sorry. Aber Schottfeldmonie wird hier jetzt verbraucht. Uh. Um. Jemals kriegt ihr mich. Viel zu leichtes anderes Muster. Wenn es nur ihr seid. Dann ist es viel zu easy. Ähm. So. Weiter. Wo geht's dann? WTF? Was ist das für ein riesiges Ding? Und was leuchtet da hinten? Ich will es wissen. Was leuchtet da hinten? Das ist eine neue Waffe, oder? Das ist eine neue Waffe. Was ist das? Präzisionsgewehrpult. Okay. Okay. Jetzt kriege ich mir nicht die ganze Munition dafür. Noch mehr Leben. Wir sind erstmal safe für den nächsten Bosskampf auf jeden Fall. Für den nächsten Bosskampf sind wir auf jeden Fall safe. Aber ich weiß sogar, ob es hier weiter geht. Und da hoch geht es nämlich noch. Da wird jetzt mal noch. Oh yes. 50 Rüstung. Das bringt uns auf jeden Fall weiter. Noch mehr Raketen. Hier noch was drin. Hopp. Ja. Und. Autoshoff finden Patron. Oh mein Gott. Das wird so nice. Natürlich wird jetzt dann gleich was kommen. Leute. Das wissen wir alle. Irgendwas wird auf jeden Fall kommen. Ist da hinten irgendwas? Nein. Okay. Ist da hinten irgendwas? Nein. Okay. Gehen wir. Leben ist voll. Da ist eine Muni. Jetzt gehen wir hier lang. Hier ist noch mehr Muni. Ich habe keine Ahnung, was hier einsetzt. Aber wir haben nur genug Schuss für die Präzisionsgewehr. Deswegen. Warte mal. Das haben wir noch nicht versucht. So. Der wird schon ankommen irgendwann. Und. Und. Und jetzt. Ah. Ja. 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 Uuuuuh. Weg ist er. Okay. Du willst, dass ich das Präzisionsgewehr einsetze? Wieso willst du das? Ich will das aber nicht. Wieso willst du das von mir? Die Tür ist gerade zugegangen. Wurde das jetzt ein Horror-Spiel? Wieso steht die Tür zugegangen? Ich schaue das Gesicht. Ähm. Da ist noch Leben. Da ist noch Muni. Wahrscheinlich wieder kurz. Oh. Was? Ähm. Okay. Cool. Okay. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Oh mein Gott. Huh. Nachladen. Wo ist der nächste? Da war noch zwei, oder? Ne. Das waren keine zwei. Gut. Huh. Ja. Das heißt aber, dass sie alleine sind. Sag ja. Oh mein Gott. Wie viele Hab hier im. Ja. Besonders wie er halt weg halt. Das ist halt schon irgendwo komisch. Aber ja Gott. Noch mehr. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gut. Oh. Nein. Keine gute Ausgangsposition jetzt für euch Bombenviecher. Aua. Ja. Wieder ein paar ausgenackt. Weg mit dir. Zack. 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 Fünf. So. Uh. So. Zack. Oh. Jetzt kommt mehr. Jetzt kommt mehr. Von wo spawnt ihr hier drin? Na wohl kaum, oder? Gut. Hat sie erredet. Oh fuck. Ähm. Oh fuck. Aua. Das erwart ihr euch schon so nah dran. Das ist unfair. Ach. Oh Gott. Das werden immer mehr von denen. Ah. Nix zu stüch. Ach. Komm schon. Oh Gott. Ich muss nachladen. Oh Gott. Wie viele kommen da denn noch? Oh Gott. Oh Gott. Aua. Aua. Sorry. Aber. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Ich hab keine. Ich hab keine Muni mehr. Juh. Raketen? Nein. Niemals Raketen. Ähm. Oh. Sturmgewehr Muni gedauert. Sturmgewehr gedauert. Aua. Okay. Ich muss. Es sind gar nicht mehr so viele. Also. Du kannst die nieder schießen, wenn die auf dich zu heulen hier. Gut. Muss ich nur wissen, wo sie sind. Würde ich sagen. So. Tot. Bye bye. Huf. Millikan Muni ist vollkank geil. Wow. Okay. Okay. Gut. Wieso ist hier so viel Millikan Muni gespawren? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Ich seh schon. Ich seh schon. Ich seh schon. Das wird. Ich seh schon. Ich seh schon nicht mehr. Nichts mehr? Gut. Dann sagen wir mal jetzt noch die Verstehen. Minikan Muni auf und dann ziehen wir weiter. Zack. Das ist auch noch was. Sturmgewehr Patron. Perfekt. Noch mehr Muni. Und jetzt noch voll. Das Leben ist immer auch voll. Das Leben ist überdrüssig. Das ist schon lange. Ähm. Was ist da hinten? War hier noch nicht? Zack. Granaten. Granaten für Schutfeln. Ja. Automatische Schutfeln. Da drin. So. Ansonsten haben wir alles. Geh mal. Geh mal weiter. Nur das Leben und Raketen. So. Ich wüsste jetzt nicht, was uns auffällt. Bisher alles. Chili pomilli hier. Ähm. Wow. Wo geht's hier hin? Okay. Ist das eine Abkürzung? Nee. Oh. Wo ist das? Gut. Ihr habt genug Zeit zum Passieren. Schutfeln ist voll. Ähm. Wo gehen wir hin jetzt? Da lang. Oh. Es kommen noch mehr davon. An der Decke. An der verdammten Decke. Ah. Ah. Was? Was ist hier los? Oh. Nein. 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 Oh. Mein Aim ist auch gerade total weg. Ähm. Nein. Nein. Sonst jemand? Gut. Was ist das? Von da bin ich gekommen. Wieso waren hier Gegner? Ist hier irgendwas? War hier irgendwas? Was ist das? Oh. Nein. Ähm. Zack. Eine geheime Kanone wurde gefunden. Das ist dein Ernst. Ich habe eine geheime Kanone gefunden. Eine geheime Kanone? So geheime schaut egal aus. Hop. Wo ist denn nicht? Ah. Wir sind wieder hier. Perfekt. Ja. Nice. Okay. Guck mal. Wir haben drei Kugeln für die. Ist jetzt nicht unbedingt viel. Oh. Oh ja. Oh ja. Her damit. Her damit. Oh. Wenn wir endlich den Skill kriegen. Wenn wir endlich den Skill kriegen. Obwohl wir sind glaube ich nur zwei davon entfernt oder so. Ja. Ja. Du kannst aus größerer Entfernung einsetzen. Also du bist hier normaler gesprungen. Wäre gar nicht schlecht. Aber nee. Wir machen. Von Kampfangriffe aus weiter Entfernung. Verstehe ich zwar gar nicht wie das gehen soll. Aber du kommst zum Objekte. Er sagt. Boah. Aber schlägst du mit den Super Mario Verwürf. Sie ist ja gut. Der alte Figur. Oh. Das wäre auch gut. Aber wir wollen ja das hier. Also ja. Theoretisch wollen wir alle. Wir wollen einfach alle. Äh. Na. Oh. Nix. 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 Oh. Ich will die jetzt hier nicht einsetzen. Nix. Ah. Sorry. So. Gut. Waaah. Ah. Achso. Zwei Granaten. Aber this is how this thing up. Achso. Gut. Ähm. Aua. Da kommt noch einer. Da kommt auch noch einer. Oh oh. Den hab ich noch zerrischt. So. Den hab ich aber erwischt. Den hab ich erwischt. Dir. Bam. Da hab ich bestimmt noch mehr erwischt. Zack. Uh. Wie viele kommen da noch? Bam. Lass da keinen durch. Vergiss es. Okay. Ich glaub die Knochenhunde sind zu Ende. Wir können weitermachen mit Sturmgewehrschätze. Wir haben ja keine Präzisions. Aua. Oh mein Gott ist das fies. Oh. Tschüss. Tschüss. So. Wie viele noch? Noch jemand? Oh ja. Tatsächlich. Konnte ja nicht genug sein. Konnte ja nicht genug sein. So. Puh. Wo ist Kater? Und wo ist der Pater? Was ist los bei euch? Wo seid ihr? Da ist noch Leben drin. Zack. So. Ja hier liegt auch noch ein überall Leben. Also hier liegt alles verstreut. Ähm. Wir können Nahkampfangriffe dann bald auf mittlere Gegner hin. Also wir können es schon. Jetzt ist bloß die Frage, was ist ein mittlerer Gegner? Und wie kommen wir nah an den Rang? Oh. Nope. Nope. Oh mein Gott geht das. Okay. Du hast mich überzeugt. Du hast mich überzeugt. Du hast mich überzeugt. Du hast mich noch viel mehr überzeugt. Stimmt ey. Na 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 na. Wir mähen da durch ein wenig. Na na na. Na na. Na na. Na na. Ähm. Sonst noch mehr? Okay. Gut. Leben voll. Bisschen Schild. Bisschen Patrone. Was gibt es hier sonst noch? Geheime Waffe. Was sind meine geheime Waffe? Boah. Gut. Meine Schriftfilme sind voll. Ich sollte sie benutzen. Ich sollte meine Schriftfilme benutzen. Gut. Ah. Sam. Can you hear us? Ja. Where are you? Big Castle. Top of the hill. Can't miss it. Can you be more specific, son? No idea. It all looks the same to me. Just head for the gunfire. Genau. So. Sieht für mich auch alles gleich aus. Ich höre mich ja nicht aus. Äh. Da 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 da. Da mehr Rüstung. Wo müssen wir lang? Da lang. Dann gehen wir da lang. Außer wir waren da schon. Dann ist es wahrscheinlich die bessere Idee, da hinten lang zu gehen. Kommt mir nicht bekannt vor. Hm. Sag ich doch. Sag ich doch. Nichts. Okay. Dann waren wir hier noch nicht, oder? Das heißt, wir waren hier noch nicht. Was ist dann hier hinten? Nichts. Okay. Schön. Danke. Ein weiterer enttäuschender Moment in der Series Sam 4 Reihe. Ähm. Wir gehen weiter. Ein Bossfight. Na, natürlich. Ich heiße Sam. Das ist dein Haar. Das ist dein Haar. Das ist dein Haar gut. Solange deine Haare nicht lang genug sind, an denen ich eine hochklettern kann, hast du wohl verkackt. Was kriegt man dafür? Ein Generalschlüssel? Ach, verdammt. Ja, komm. Ja, schönes Gemälde. Wirken ganz gut bei den Vampiren. Das sieht so aus. Ach, komm. Als ob. Nix, das ist. Aua. Ja, okay. Der hat mich nervöscht. Ja, und ich sehe nichts mehr. Boom. 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 Aua. Was? Von wo? Ach so. Ach, von hinten. Ach, von hinten kommt ihr. Natürlich. Natürlich kommt ihr von hinten. Na ja, okay. Gut, anscheinend keine Bomben-Typen mehr. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Scheiß? Hab ich nervöscht? Aber er hat mich auch erwöscht. Also, na ja, okay. Wow, what the fuck? Da steht der einfach auf dem Tisch. Ich trau dir kein bisschen. Okay, vielleicht hätte ich auch nicht zwei Schüsse verschwinden müssen. Aber ja, okay. Ähm. Ja, ich hab's gewusst. Es wird wieder eine Horde von denen. Oh, und es sind auch größere dabei. Also, hm, ja. Machen wir doch so. Komm. Wieso hast du dich nicht mit erwischt? Wischst du mich verarscht? Oh mein Gott, ich muss richtig zurückfahren. Oh mein Gott, da kommt... Ja. Ja, da wäre vielleicht was anderes als die Schrottschöne besser. Damit ich wenigstens mich gleich um die Kleinen kümmern kann. Ach, komm jetzt. Wie viele von denen kommen jetzt nur angegen. So. Huh. Gut. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Von wo? Von wo? Da ist auch meine andere Wand. Das ist deine Hand. Wo noch? Alter, es geht's da nicht. Laufen die? Leck mich. Nein. Nein. Das gefällt mir alles gar nicht, Leute. So eingangt. Okay. Okay. Gut. Gehen wir weiter. Puh. 14 Schuss. Ja, vielleicht. Egal. Und jetzt. Es werden wieder welche kommen. Scheinbar wird Stumke wäre jetzt erstmal benutzt bis zum Ende. Dann laden wir statt das andere wieder auf. Passt ein. Nice. Okay. Ich könnte hier rausspringen. Ne, könnte ich nicht. Gut spiel, dass du das nicht getan hast. Noch mehr Leben. Wow. Okay. Jetzt gibt er mir aber sehr viel Leben, muss ich sagen. Hättest du mir ruhig Feuer geben können. Ja, gut. Zack. Oh mein Gott. Jo, verwischt du, wie viel sind wir? Wir sind schon ziemlich gut Feuer wieder, Leute. Oh, Streuung, Streuung am Sturmgewehr. Oh. Da ist die Muni gleich leer, Leute. Da ist die Muni gleich leer. Oh, habe ich noch Präzisions-Muni. Ja, habe ich. Oh mein Gott, sind das viele. Ich habe nicht mal genug Patronen dafür. Ich habe nur zwölf Patronen, Leute. Das Sturmgewehr, aber mit Zielen dafür. Weniger Streuung, darum geht es. Verschwendet man die Muni nicht ganz so. Uff. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ist okay, gut. Do you know what I've been eating? Cold hot dogs and warm soda from the snack machine. My body feels like a sponge. Another day and I would have tried eating the table just to get some fucking fiber in my diet. I'm sorry, that sounds very... I'm dressed like this. Do you think this is accurate? I have a PhD in medieval studies. I didn't even want to be a tour guide. Pü-Ting. Well, I... What I need now is a bottle of wine and a strong man. I have needs, you know. Come on. Come on, I have the master key. I'll take you to the break room and you can ride me like a... Ma'am, I'm flattered, but I'm trying to save the world here. Ah, merde. Is it very important? Well, it's kind of urgent. About that key, though. Does it open every door in the castle? Yes. At least all the storage facilities. Oh, can I have it? Ah, of course, of course. Here you go. That's really nice of you. Hey, you know what? I know this guy. You're gonna love him. His name is Rodriguez. I'll give you his number. Oh, God. See, so das Lächeln. Oh, my God. Rodriguez wird sich freuen, schatze ich. Dieser Glückspilz. Ah, gut. Hallo, Tür auf. Was soll das? Tür auf. Oh, Gott. Okay, will ich schon mal leben. Ah! Okay, wir sind tot. Das war sehr, sehr dumm. Das war sehr, sehr dumm. Kann ich... Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. 15 Minuten. Jetzt ist das schluss. Verdammt. Okay, wir haben einen Haufen Leben hergeschenkt. Aber ja, komm. Mach auf. Ich habe es verschlossen. Ach, sag mir jetzt nicht. Ich bin hier voll umsonst runtergesprungen. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Äh, geht es da wieder hin? No! Äh, Generalschlüsse. Warte, ist das der Generalschlüsse für all die Maps? Ist das da auch da, wo ich nicht dahinter gekommen bin? Sondert. Für die Sachen. Hm. Könnte es sein, ja. Was habe ich getan, Leute? Was habe ich getan, Heiche? Liegt irgendwo noch Leben, bitte? Raketen sind voll. Oh Gott. Oh, hier ist was so dumm. Okay, danke schön. Oh, no, der Sturm, danke schön. 30, 33. Uhu. Ähm, ja. Das wird sich ja nur irgendwo nebenliegen, Leute. Kein Problem. Gucken mal, was hier liegt. Ne Wappel. Was ist das XL Laser? Strom 50? Strom 120? Strom 140? Oh, ja. Ich habe keine Ahnung, was sie schießt. Das ist ja etwas effektivere Minigunz. Und der hat also, hm. Wie soll man das einkreuzen? Ja. Schießt nicht ganz so schnell. Nein, das ist aber ein wenig stärker. Ohne wegen, äh. Einfach rausrennen. Einfach rausrennen. Einfach rausrennen. Ich mache mal. Gut. Die sind schon mal erledigt. Aua. Okay. Ja, okay. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Peng, peng, peng. Bist du tot? Nein, oder? Doch. War es nicht mal ein Schuss? Ach. Wo ist denn der nächste gummiwerfende Typ hier? Da sind noch welche. Ich weiß es. Oder doch nicht. Ist kein gummi-bällewerfender Typ mehr da? Ja, okay. Ja, dann freut's mir. Ich beginne zu lehnen. Na, warte mal, warte mal. Kannst du bitte? Danke. Wow. Der war effektiv, schätze ich. Hopp. Zack. Ah, lass mich in Ruhe. Zack. 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 Oh Gott. Oh Gott. So. Gut. Oh, Leute. Das wird ganz schön happig. Ähm, ja, laufe Feuerbälle. Juhu. Äh, okay, ich benutze es ja. Ich benutze es ja. Wo ist der überhaupt? Ach, da unten. Au, ah, jetzt wieder. Merkst du nicht, dass das total unfreundlich von dir ist? Servus. Sind da schon wieder irgendwelche Green-Bälle unterwegs? Das ist doch. Hm, verwischtet werde ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, Sturmgewehr vielleicht für die Kleinen hier. Und Strom-Uni aufsammeln. Ja, so viele Kleine sind auch lästig. Was? Oh Gott. Oh, ich hab nicht nachgeschaut. Ich hab nicht auf mein Leben geschaut, Leute. Verdammt. Hey. Versuchen wir es nochmal. Oh mein Gott. Der rindt was auf mich zu. Okay, gut. Ähm. Das war effektiv, würde ich sagen. Wenn was effektiv ist, dann ist das. Ah, ich bin schon mal tot jetzt, aber. Wieso bin ich so unheimlich schlecht dran, ist die Sache? So. Ähm, zum Glück hat es mich nicht wirklich vollständig wieder zurückgeworfen. Zum Anfang. Also, es ist immer noch ziemlich human. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh, das ist echt viel, was hier abgeht, Leute. Das ist... Oh. Das wird echt schwierig. Das wird wieder echt schwierig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin mir halt nicht sicher, wenn dann überhaupt die Doppelte. Weil sonst hat es hier alles gar keinen Wert. Einfach reinballern. Einfach reinballern. Ach. Fahr. Dant. Oh Leute. Das wird auch nämlich schwierig. Wir sollten als erstes die ganzen großen wegnehmen. Das heißt... Ja. Schatz mir, mach mal so. Erstmal die ganzen großen wegnehmen. Alles was... So. Aua. Jetzt lass mir Ruhe. Sonst nur. Ich glaub, die großen sind jetzt alle weg. Erstmal. Ich bin Ruhe. Sie ist nice. Erstmal alles auswählen. Allem auswählen. Erstmal. Oh Gott. Ah. Okay. Da war aber irgendwas. Okay. Jetzt haben wir hier einen Haufen roter Leute. Ja. Ja. Ah. Da ist noch jemand. Gut. Ähm. Wir müssen weiter mit... Machen wir mal die Schutze. Schutze. Äh. Schutze. Sag ich weniger an. Oh. Das ist... Die sind zu weit gestreut. Leute. Das ist das Problem. Die sind einfach zu weit gestreut. Wenn die wenigstens in der Reihe oder auf einem Haufen wäre, ist ja okay. Dann wäre es nur leicht machbar. Aber so ist es halt ein wenig knifflig. Gott. Die kommen von allen Richtungen immer noch. Versuchst sie ja schon irgendwie zusammenzubringen. Aber puh. Das ist gar nicht so einfach mit so vielen und so viel Streut. Sie hätten ja auch überall gespawnt, mal davon abgesehen. Oh Gott. Okay. Ähm. Wir müssen was anderes probieren. Ich verfehle halt nur gerade. So. Granate ist einfach. Ach komm. Was ist denn los? Ich treffe keinen mehr davon. Das ist unheimlich. Ach komm. Bin ich blöd. Wieso bist du noch da? Das kann doch nicht sein. Hat das nicht gereicht? Oh Gott. Muni Gun. Muni Gun ist leer. Wir können doppelt das Sturmgewehr versuchen. Und dahin war noch ein Haufen Leben, was wir uns jetzt einverleiben wollen. Sonst. Oh Gott. Kanonenkugeln. Alle Muni her damit. Oh gut. Wir haben 100 für Wüste Muni. Könnten wir auch einsetzen theoretisch. Und was brauchen. Ach komm. Verschwinden wir einfach. Da oben ist ein Leben. Das soll ich mal. Und dann Strom Muni. Da hinten ist eine Rüstung. Wo sind sie? Wo sind die Sackgesichter? Nochmal Strom Muni. Hier irgendwo. Ich hab's ja gar gehört. Ah da. Okay. Gut. Sind sie weg. Strom Muni. Oh jetzt kommt die nächste Welle oder was? Ah ne. Das sind ein paar. So. gut gut dahinten ist noch Leben wer kommt da jetzt noch? ist doch keiner mehr da oder? dahinten ist noch einer jetzt nicht mehr sonst nur irgendwer ich seh keinen mehr ich glaub wir haben es geschafft wie? wie? also ich komm da nicht hoch ok 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 du das geht doch weiter ok da muss ich nach unten springen ok das ist hey freerunning wir sind da haben wir uns an Zeit vor Zerrakult der wird irgendwann noch sehr nützlich sein Leute wenn wir mal wieder vor so einer ausweglose Situation laufen unsere Muni unsere Muni sieht mittlerweile wieder ganz gut aus wenn nicht allzu viele so verstreute kommen mal das ist das schlimmste das ist wirklich das schlimmste ok damn was ist das? tragbares schwarzes Loch oh mann oh mann das ist doch dumm ach schwarzes Loch ich möcht's eigentlich schon ja ich möcht's eigentlich schon Leute aber wir sind jetzt schon bei 45 Minuten ich weiß leider nicht mehr wie lange das Kapitel geht deswegen wird das jetzt wahrscheinlich eine Überfolge weil ich werde jetzt die nächsten Sachen in Kapitel einteilen deswegen waren das halt jetzt mal ein paar längere Folgen ähm das ist jetzt ja komm komm die schwarzen Löcher sind so nützlich komm herr Professor yes excellent that is very good Professor? Sam ähm wer is here? I mean Carcassonne Professor ah the one on Earth? yes not space Carcassonne then this is indeed excellent Sam there is an alien teleportation apparatus in the orbicular farrow that surrounds the castle you mean the most bam na Kampfangriffe genau so zack zack wuhu zack und zack so äh die geht noch nicht äh aaaaaa aber wo ist denn der da oben ok Stunden nein ok von wo alter ja das sack ist so ich hoffe es hat ja Spaß gemacht äh du 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 hacer oh Gott okay komm kein Schaden gut Jetzt will ich keine Königin leben, der muss nicht mehr. Guck! Guck mal! Wo muss ich hin? Es ist schnell schon weg, als ob ich jetzt da links-rechts laufe. Ihr könnt mich mal... Serious Sam läuft nicht links-rechts. Oh Gott, das wird wieder so wellenartig. Oh mein Gott. Oh, das wird hart. Mhm, ich kenn das schon, danke. Ja. Leben... Oh, so viel ist hier nicht. Leute, so viel ist hier nicht. Das wird richtig hart. Sonst noch was... also... Asch der Transmitter! Oh yeah, hier, sowas brauche ich. Oh yeah. So. Wo sind sie? Kann ich da nicht einfach rein springen? Oh. Nein! 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 Ich benutze den zweiten Schalter hier mal gleich. Nein! Nein! Nur eine kleine Sekunde und dann mach ich gerne den zweiten Schalter. Oh Gott! Ähm... ja! Wie war das mit Waldfischenräumen? Leute, wir schauen nie wieder zurück Wir sollen aber nicht zurückschauen Immer nach vorne schauen Also ein Anblick ist es schon Das ist schon ein geiler Anblick Jetzt bin ich zu sehr ablenkt Ja, ich brauche den Perk mit Zielen in normaler Geschwindigkeit Der ist gar nicht schlecht So, gut Anstrengend Wo ist der zweite Transmitter auch genau auf der anderen Seite Muss das jetzt so ein Zickzack-Muster sein Dann ist der dritte wahrscheinlich Ich lass mich raten Oh Gott, okay, ich seh schon, ich seh schon, wo ist er? Ja, wo ist er, da sind Kugeln Oh, keine Kugeln Okay, da ist er Ähm, wie regeln wir das jetzt? Ja, genau hier bräuchte ich nämlich ein schwarzes Loch Genau hier Ähm Ähm, da ist auch nochmal einer Unglaublich Oh mein Gott, wie viel das sind denn das? Oh, ich bin sogar getot, Leute Ähm, ja, das Was dann für uns Was dann für uns Oh, die kommen von überall Muss nur den Punkt überwinden Bis sie spawnen Also wenn sie aufgehört haben Zu spawnen Dann kann ich sie alle gut Irgendwie zusammenbringen Aber ansonsten So, ich glaub, wir haben's sogar, oder? Sind dann auch diese Echsen-Typen da Eine oder zwei Ich seh sie nicht Ich seh auch keine Bälle mehr Wir scheinen durch zu sein damit Oh, wir brauchen Leben Gerade nicht nur so ein Kofferleben Wir wissen immer noch Wir wissen immer noch Zack, zack Zack, zack, zack Ja, damit alles meins Alles meins Alles meins Sind das Schussflink? Ich glaub, das ist ein Schrot finden Oh, das ist dann tatsächlich Schrot finden Okay, ich hab gemeint, das wäre Leben Das war Wüste, Patron Okay Nächster Zack Oh, ich seh schon Ich seh schon Laser gegen Laser Du bist tot Laser gegen Laser Du bist tot 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 Ähm Spawner noch mehr Nein Frag mich, was diesmal für kleine Dinger spawnen ist die Frage Uhuhu Oh 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 Vampire Okay, das sind die kleinen Dinger Ja, ganz ehrlich, das ist für mich alles okay Habe ich mir kein Problem Vampire können gerne kommen Ein Verwüster, fertig Ah, verdammt Ah Wenn ich halt nicht so blöd bin und daneben schieße Stuck hat nie mir gespawnt Ach Gott Ah, ich lauf hier auch gerade Überall in die Laserfeuer Oh, das wird knifflig Das wird auf jeden Fall knifflig Oh Gott So Jaja, kannst du machen wie du willst Aua Der war dumm von mir Und der hat drauf Gut Oh mein Gott Ich habe nicht gemeint, dass ich mich so konzentrieren muss Beim Spiel Vier Gesundheit Danke, das ist genau das, was ich brauche Es ist jetzt endlich der vierte Schalter Wir haben 18 Leben Ich überlege gerade, ob ich immer noch mal so eine Lebensspitze einsetzen soll Wir haben ja noch drei Aber pff Oh, fünf Ja dann, hau nein Hau nein Also das mache ich nicht mit Die macht genau 50 Wir haben nur Kanonen Nein, wir haben nur einen Haufen Staffel Ja Zack Alles nein Alles nein Alles in meinen Schloch Alles Ich schiebe alles in meinen Mund Nein So Nächste Da Flack nur Leben Zack So, wir sind voll Was spawnt als nächstes Käfer Es spawnt Käfer Wie war ich die Käfer Aua Okay, ich sehe schon Und das ist, die müssen weiter nach Die müssen näher ran Das ist dann schon das nichts Aber warte mal Vielleicht versucht die automatische Schoffel Scheint ja auch ganz okay zu sein Okay Weißt schon was Leute Wir laufen jetzt erstmal wegen dem Kreis Und sammeln die alle ein Weil es mir sonst zu blöd Ja, ja, kommt Kommt, alles gut Hier bin ich doch Hier bin ich doch Komm, komm Ja, alles gut Ja, die großen sind da wegen langsam Es ist wurscht Die kann man so abknallen Ja, jetzt haben wir ziemlich viele beieinander Jetzt kann man anfangen Jetzt kann man eigentlich auch die Granaten benutzen Aua Das war Ungarnstück Könnt ihr mal aufhören Mir direkt vor die Fresse zu laufen Das ist nicht gut für meine Gesundheit Ach, verdammt Ach, zum Glück ist der letzte Checkpoint Hoffentlich die vierte Schalter Was sonst Ist da weg Wenn ich jetzt das Ganze nochmal wieder machen muss Dann sind wir auf jeden Fall weg Ne, okay Für die Schalter, alles gut Also Was ist das? Minigun, Strom Alles mögliche Minigun, Strom, Strom, Minigun Ähm Das ist halt die Wahrscheinlichkeit Dass ich triffst Aus der Entfernung ist So gering Lohnt sich nicht Da lohnt sich nur Ja Einfach dort, Leute Einfach dort Ja, das ist Money ist wurscht Money ist so egal In dem Fall Wir hauen Alles Na ja Aua Wir können den fünften Schalter benutzen Vielleicht verschließt es ja jetzt dann schon das Portal Und wir Haben keine Gegner mehr Wäre ganz schön Was ich Nicht glaube Aber ja gut Einfach mal doch Ah Oh Gott Ja, spawnen die fünfte Welle Hab ich gerade drei schwarze Löcher gekriegt Waren das gerade drei Stück Oh mein Gott Okay Okay Es hat sich gelohnt Es hat sich alles gelohnt Ähm Ah Ist nicht gut Liebe Ja Okay Gut Oh man Was ist das Minigun Money Ja Komm Eins Dann brauchen wir auch Äh Ich will jetzt die Verwüste nicht unbedingt leer machen Können wir jetzt nicht einfach mit der Schrift Und die hier das zu Ende bringen Ah Halb Halb Machen wir die hier Die hier Ach scheiße Okay Die schießt ja dann In der Schrift Und Verdammt Ähm Ich wollte eigentlich Granate Weil die benutzt Mir ist so gut wie kaum Aber die ist auch ineffektiv Falsch wie lang die nach Braucht zum nachladen Guck mal Wie langsam Und dann der Explosionsradius Die gerade ist total klein Also es ist Es ist zwar Ein Gegen ein Gegner etwas mehr Schaden Aber Im Vergleich ist es gar nichts Da ist okay Gut Aus Gut Wir versuchen jetzt noch alle Money einzusammeln Die wir haben Oh mein Gott Da war nur Leben zum Glück Ähm Wenn keine Raketen einzusammeln Was Doch Sind wir nicht rüber gelaufen Ja Sind wir nicht rüber gelaufen Wir haben es geschafft Oh mein Gott Das war eine aufreibende Fahrt Wow Das waren wieder sehr viele Und alles Ach Gott Nein Wir müssen jetzt da hochlaufen Kurz Oh Gott Wenn ich da jetzt rüber könnte Und der hat das zu suchen Das wäre die Hölle Was ist hier So viele Secrets Leute Ich kann nicht mehr Ich will nicht mehr Wir gehen einfach hoch Ich hab keine Lust Verleckt gleich Spiel So Finde einen Zugang Immer noch Immer noch Nein Aber ich habe jetzt die Generalstuße War der wichtig für diese Fest Dass wir den Zugang finden Theoretisch Aber I don't know Jetzt müssen wir die ganze Sch Wieso gibt es mir kein Jetpack Spiel Ganz ehrlich Das wäre dann viel begeister Gib mir einfach ein Jetpack Gib Serious Sam Verdammtes Jetpack Du hast doch schwarze Löcher Du hast Zeitverzerren Du hast Raketen Laser Mini Guns Also gib mir doch einfach Verdammtes Jetpack Das muss so viel einfach machen Ach komm schon Weitere Schauen wir uns nochmal die schöne Gegend an Aus Die nächsten 5 Minuten Das ist schon die nächste Oh die letzte Stunde ist so Gut Mehr nicht Da hinten ist noch ein Lager Juhu Money Mit Money Money Zack 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 So Mad is a runner Ich bin ja schroff Okay So weiter 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 Oh was schießt da raus Was 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 Das ist dumm Okay das ist dumm Das ist dumm Ist alles gerade dummerling Es sind gerade sehr viele verschiedene Gegner Um die ich mich kümmern muss Oh die Spawn hat dann auch noch überall Und dann ist das Ding da noch oben Was mir die ganze Zeit die Show verwiesst So jetzt ist es doch Das war ein Haufen von den Käfer Oh Gott Das sind nur Den kann man abknallen Das sind auch noch ein Haufen von diesen Käfer Jetzt ist der auch weg Wer ist weg Aua Wer ist weg Noch nicht Lass die Käfer kommen Wo sind die Käfer Das sind die Käfer Warte 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 Lass die Käfer kommen Lass die Käfer kommen Boom Das hat schon Ein paar weniger Käfer gesorgt So Und da ist auch noch einer So Ah Voll neiglaufen Die Depp Ja Gerade als ich den Schritt nur gemacht habe Ich dachte Oh Gott Im nächsten Moment nur dafür genutzt Um andere hochzujagen Und dann selber neiglaufen Super Richtig klug wieder Richtig klug So Oh Gott Ihr habt nicht genug Ah 25 Ah 25 Ah ja ok Ja Ziel halt Danke Der ist sehr verwendet von dir Zack Zack Aua Zack Nicht getroffen Zack Aua Ok Jetzt müssen wir dann langsam wieder Vorsichtig sein Weil das wird sonst nichts Nein Wer hat denn hier noch diese Fackbälle Gibt's da nicht Und jetzt kommen auch nur die Viecher Jetzt ist ganz Jetzt ist ein ganz schlechtes Timing Leute Ganz schlechtes Timing Stirb halt jetzt Ja Danke Mein Wunsch hat sich erfüllt Oh Leute Die Folge ist jetzt schon eine Stunde Ah ja komm Wir haben gesagt wir machen weiter Wir machen weiter Wir machen die Folgen jetzt kapitelweise Kann ja auch nichts dafür dass die Kapitel jetzt plötzlich so langweilen oder Ist ja nicht meine Schuld Ich hab das Spiel nicht entwickelt So Jetzt machen wir den bitte genau Danke Dann ist der auf jeden Fall weg Aua Haben wir noch mehr von diesen gummi werfenden Vollidioten Glaubst du das? Glaubst du das? Ist nicht dein Ernst echt Was? Ich wollte nicht draus tappen Ich wollte nicht draus tappen No Wieso bist du nicht glauben? Herrgott So Was du tun sollst Ist Den Crit verpassen Verwüste ausrüsten Doppelte Verwüste ausrüsten Den wegnatzen Es kommt noch mehr Also erstmal Nicht Ausruhen Nein So Er ist genau gespawnt Vor mir Ist einfach genau Vor mir gespawnt Weißt du kannst du nichts machen Wenn die Gegner einfach random irgendwo spawnen Ist doch total dumm Natürlich läufst du irgendwann Nein Ja klasse Dankeschön Leck Ach ja Natürlich Ach Ja Weil er wieder hinter mir gespawnt ist Natürlich Leck mich Oh Gott Haben wir es jetzt mit denen Wieso kommen da noch mehr Gummibälle Wie Wie zum Fick Wie Das geht's einfach nicht Das geht's einfach nicht Du kannst das so oft drauf schießen Wie du willst Ah natürlich Ist da noch mal einer Ach zum Glück haben wir gleich den Kriegschaft Oh Gott Also ich hätte nichts dagegen Wirklich meine Meine Dinger auch einzusetzen Jetzt meine Mein schwarzes Lauf Verdammt Wo Nein Leck mich Verschwinde Dich hat niemand zur Party eingeladen Was soll ich jetzt auf dich zulaufe Wie quält dir das her und du danach tot bist So So Und jetzt kommt ihr dran Ihr kleinen Drecks Milpenähnlichen Fliegenviecher Ah es ist noch nicht vorbei Es ist noch nicht vorbei Ah Ja Ist ok Ist ok Ist ok Ja Gut Habt ihr alle euren Spaß Habt ihr alle euren verdammten Spaß Das braucht man nicht Das braucht man nicht Aber was braucht man Ist die Frage Das hier Ach das Willst du mich verarschen Was ist das Sam So Leute wir haben Kapitel 12 abgeschlossen Ich sage vielen Dank fürs Einschalten Falls es euch gefallen hat Schaltet es auch beim nächsten Mal wieder ein Ihr wisst ja oben rechts Also ungefähr hier oben drüber Verlinke ich die ganzen Playlists Immer von den aktuellen Serien Ansonsten schaut auf dem Kanal vorbei Das sind auch noch andere Serien Ansonsten euch noch viel Spaß Macht es gut Servus Servus